Mein Gast in dieser Redezeit ist Geshe, eine Doktorin in tibetisch-buddhistischer Metaphysik. Mehr noch, sie ist die erste Frau, der dieser Titel je zuerkannt wurde. Für den Dalai Lama verkörpert diese Frau, Kelsang Wang Mo, die weibliche Zukunft des tibetischen Buddhismus. Und wo kommt sie her? Aus dem katholischen Rheinland. Einen schönen guten Morgen, Kelsang Wang Mo. Guten Morgen. Wir packen ja besonderen Gästen gerne eine Wundertüte mit Gegenständen, die Gedanken wecken können und Gespräche auslösen. Und der erste Gegenstand ist essbar. Wollen Sie mal in die Tüte gucken? Okay. Und ich weiß, Sie dürfen auch noch essen. Ah, Kuchen. Kuchen. Schokolade. Wollen Sie gucken, was es ist? Holen Sie ihn raus. Oder ist das jetzt zu verführerisch? Nö, eigentlich nicht zum Frühstück. Ja, nicht zum Frühstück. Aber Schokoladenkuchen spielte in Ihrem Leben eine mitentscheidende Rolle, um nicht zu sagen, er hat wesentlich dazu beigetragen, dass Sie den Weg gefunden haben. Also. Welchen Anteil hatte der Kuchen? Nein, das ist einfach nur diese Geschichte, dass ich halt in Indien unterwegs war nach dem Abi und dann eigentlich schon auf der Heimreise war, aber über einen Ort, Darm Salah halt gehört habe, wo auch der Dalai Lama liegt, wo viele Tibeter leben und wo es sehr guten Schokoladenkuchen gibt. Und weil ich halt lange schon unterwegs war oder lange, es heißt mehrere Monate, habe ich mir gedacht, ach Schokoladenkuchen, das wäre ja toll. Also ich wusste nicht genau, wie es um die Tibeter steht, wer der Dalai Lama ist. Ich hatte schon mal gehört, den Namen schon mal gehört. Und deswegen habe ich dann letztendlich wegen dem Schokoladenkuchen, habe ich mich entschieden, dahin zu reisen. Der hatte doch eine wesentliche Rolle, dass Sie überhaupt an den Ort gekommen sind. Dass ich zumindest mal dahin gereist bin, ja. Auf welcher Reise waren Sie vorher? Sie waren schon unterwegs nach dem Abitur, um was genau zu suchen oder zu finden? Es war halt nach dem Abi, dass ich ja das Gefühl hatte, ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor ich zur Uni gehe und auch nicht genau wusste, was soll ich jetzt studieren, was soll ich genau machen. Es gab so ein paar Themen, die mich interessiert haben, aber trotzdem dachte ich auch, es gibt noch so viel zu sehen. Also jetzt möchte ich erst mal ein bisschen rumreisen und andere Erfahrungen auch, also neues erleben, anderes erleben. Dann kommen diese Rucksackreisen, berichten von einem Kuchen. Und was passierte dann? Ich bin halt in Darmseiler danach angekommen, also nachdem ich mich dann entschieden habe, mir ein Bussticket gekauft und bin dann ein paar Tage später dort gewesen. Und das ist halt ein sehr besonderer Ort eigentlich, also so in den Bergen, obwohl Indien ja sehr heiß ist. Es ist also nicht so heiß, es liegt mehr an den Bergen im Norden. Und viele Tibeter leben dort im Exil, also dadurch, dass die Chinesen das Land übernommen haben, also den Tibetern die Freiheit genommen haben. Und viele sind dann geflohen und leben jetzt im Exil, unter anderem in Darmseiler und auch der Dalai Lama lebt dort. Also von daher, und auch sehr viele, es gibt sehr viele Klöster, Nonnen- und Mönchklöster, sehr viele Mönche und Nonnen. Und es ist wirklich ein ganz besonderer Ort, also die Atmosphäre ist ganz besonders. Aber da sind Sie ja damals nicht mitten rein, sondern Sie wollten ja zunächst nur Kuchen. Wie sind Sie denn eingetaucht in diese Welt? Na ja, zunächst mal, also weil mir einfach so die Atmosphäre so gefallen hat. Es war sehr ruhig, die Leute waren sehr freundlich. Und dann habe ich eigentlich so, weil ich da ein paar Tage war und auch andere Leute kennengelernt habe, habe mir dann überlegt, ich bleibe ein bisschen länger. Und dann auch wollte ich über den Buddhismus einfach über Meditation, über Yoga lernen. Und habe dann, ohne wirklich zu wissen, worum es im Buddhismus geht, habe ich einen Kurs gemacht. Und das hat mir halt so gut gefallen, dass ich mich dann eben mehr vertieft habe in das Ganze. Also noch mehr gelernt habe, also jetzt Bücher gelesen habe, andere Kurse gemacht habe. Und so bin ich so richtig in die Philosophie reingekommen. Vielleicht hat der Gegenstand, der jetzt kommt, etwas damit zu tun, was in diesem Kurs passiert ist. Ist ja nur mit der Maus? Nee, was ist das genau? Puzzle, ach so. Puzzle. Natürlich mit der Maus, weil wir gedacht haben, die Maus trägt die Farben des Buddhismus, nämlich Orange. Aber im Wesentlichen ist es ein Puzzle. Kriegen Sie das irgendwie zusammen mit dem, was passiert ist? Also ich meine, das ganze Leben ist ja eigentlich ein Puzzle. Von daher, also für mich war es halt, ja, mein eigenes persönliches Puzzle in dem Sinne, dass ich halt über was gelernt habe, was mir vorher nicht gläufig war, also was ich nicht kannte. Und was für mich Sinn gemacht hat einfach. Und ich bin immer noch dabei, mein persönliches Puzzle zu legen. War das denn, wenn Sie sagen, es war ja wegentscheidend, auch dieses Seminar, dieser Meditationskurs, den Sie gemacht haben. Und Sie haben mal beschrieben, dass Ihr Leben einerseits sich gefügt habe wie ein Puzzle und andererseits aber auch komplett umgekrempelt wurde. Also können Sie ein bisschen sagen, was da genau passiert ist? Also ich denke einfach, die Philosophie selber. Ich meine, es hat mich halt so angesprochen, einmal, dass es darum geht, also Buddhismus ist ja keine Religion in dem Sinne, dass man sagt, man soll eigentlich nur glauben, man soll Vertrauen haben. Sondern es bietet tatsächlich eine ganze Philosophie, eine Psychologie eigentlich im gewissen Sinne an. Und man wird sehr ermutigt in dem Sinne, dass man also selber darüber nachdenkt, über die Dinge, also alles prüft. Und auch nur, wenn man zu einer eigenen, zu dem eigenen Ergebnis kommt, dass das für einen richtig ist, dann sollte man das annehmen. Und das hat mich also sehr angezogen und weil es einfach, ja, so psychologisch gesehen einfach Antworten auf unsere, also auf meine persönlichen Fragen zumindest gegeben hat. Und in dem Sinne, ja, das hat mich so sehr angezogen, aber es gibt so viel noch zu lernen und es ist auch ein Verinnerlichen, es ist ein Prozess des Verinnerlichen, dass man also versucht, das eigene Bewusstsein besser zu verstehen, die eigene Psyche, die eigenen Emotionen und dann auch Veränderungen vorzunehmen. Ganz wichtig, also dass man negative Emotionen, so wie Wut und Eifersucht und Angst und so weiter, dass man die umwandelt in positive Emotionen wie Zuneigung, Achtsamkeit und so weiter. Verinnerlichung, Hinterfragen haben Sie eben auch gesagt, etwas, was Ihnen dann nicht so fremd war. Also das lernt man ja als Gymnasiastin zum Beispiel, lernt man das ja. Hinterfragen ist ja durchaus auch was Westliches. Und welche Fragen hatten Sie damals, als Sie gekommen sind? Waren die so greifbar? Naja, auf jeden Fall. Also ich denke also ganz normal so, warum bin ich hier? Was ist der Sinn des Lebens? Was steht mir noch bevor? Und auch auf jeden Fall auch so Ängste und Dinge, einfach Unsicherheiten, die ich so von der Zeit eben als Teenager mitgebracht habe. Aber letztendlich ganz schwerwiegend, also so, wer bin ich? Was ist mein Leben? Was ist das Ganze? Ich hatte ja, es war gerade so eine Zeit, ein Abschluss war, ein Abschluss hatte ich also mit der Ausbildung dann kam. Jetzt ist der neue, neue Abschnitt und solche Fragen kamen dann einfach auf. Ja und so hat sich das dann weiterentwickelt und einfach auch die Atmosphäre dort ist auch eine solche, dass man eben mehr nach innen schaut und das Materielle spielt weniger, also nicht die gleiche Rolle wie zum Beispiel hier im Westen. Also so langsam hat sich das dann einfach so zusammengefügt. Doch Puzzle, doch ein Puzzle, irgendwie hat es sich zusammengefügt, sagten Sie gerade. Auf jeden Fall, natürlich. Jetzt gehen viele vielleicht aus einem Seminar und sagen, ja das hat mich belebt und gehen zurück nach Deutschland und integrieren das irgendwie in ihr Leben, manchmal als Satellit, manchmal doch als Zentrum. Aber Sie haben sich sogar entschieden, nach diesem einmonatigen Summer Retreat viele Schriften zu lesen, Kurse weiter zu belegen und tatsächlich eine buddhistische Nonne zu werden. Ich meine, das war auch nicht, dass ich sofort, also mein Gedanke am Anfang war auch nicht, dass ich dort bleiben will. Also ich habe eigentlich überlegt, ich gehe zurück nach Deutschland, dann habe ich erst überlegt, ich wusste ja zunächst nicht, was soll ich studieren? Ich hatte schon mal Interesse an Medizin oder Psychologie, ich konnte mich ja nicht wirklich entscheiden, aber dann dachte ich, okay, ich studiere jetzt Buddhismus, also das möchte ich jetzt machen. Das war so der erste Gedanke und je länger ich aber dort geblieben bin und je mehr ich mich auch damit vertieft, also mich damit auseinandergesetzt habe, desto stärker wurde der Wunsch, ich möchte das immer machen, ich möchte das jetzt nicht nur studieren, sondern wirklich tagtäglich machen. Und das war auch ein langsamer Prozess, also das ging auch nicht so von einem Tag auf den anderen. Und irgendwann kam dann zum ersten Mal der Gedanke, dass ich dachte, oh, ich möchte Nonne sein. Und dann wieder, nein, nein, Blödsinn, ach, Nonne werden, das passt überhaupt nicht in das westliche Leben, das geht ja gar nicht. Und dann wieder habe ich das wieder hinter mir gelassen, also das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und dann kam wieder der Gedanke und das war so ein Hin und Her eigentlich. Und dann habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt, eben zunächst mal Nonne zu werden. Was hat Sie denn angezogen, das dann tatsächlich zu tun? Ich denke mal, auf der anderen Seite sind ja auch Freunde, da ist ja auch Familie zu Hause, die ja bestimmt auch reagiert hat. Ja, natürlich, natürlich. Ja, ich meine, meine Eltern wussten zunächst gar nicht, was ich da mache, also ich jetzt, ob ich in eine Sekte eingetreten bin oder was bedeutet Buddhismus. Zu der Zeit war das ja gar nicht so bekannt und auch bei den Tibetern. Viele kannten auch gar nicht die Situation der Tibeter. In den 90er Jahren. In den 90er Jahren, genau. Und da war das schon, was ist denn das? Und haben sich schon Sorgen gemacht und wollten auch nicht, dass ich sofort Nonne werde. Allerdings trotzdem, das ist so, wenn man einfach vor Ort ist, dann scheint es viel normaler als jetzt natürlich hier in diesem Umfeld, in Deutschland zum Beispiel. Also, das ist einfach eine Art des Lebens, wo man sich mit dem Buddhismus einfach mehr auseinandersetzen kann, wenn man die Zeit hat, weil das eigentlich auch von einem erwartet wird. Das ist so praktisch in Anführungsstrichen der Job einer Nonne oder eines Mönches. Also von daher, aber wie gesagt, das war auch nicht sofort, ich habe mich da wirklich groß mit auseinandergesetzt, immer wieder überlegt, weil es ja eigentlich eine Entscheidung fürs Leben ist. Das ist genauso wie wenn man heiratet, man kann sich immer scheiden lassen. Ich kann also immer meine Gelübde zurückgeben, aber trotz alledem, es war schon ein großer Schritt eigentlich. Beim Heiraten entscheidet man sich ja für einen Menschen. Und jetzt als Nonne müssen Sie zum Beispiel genau darauf verzichten. Zölibatsch ist ein Gelübde. Dann nicht stehlen, nicht töten. Das kann man auch als Christ alles unterschreiben. Auch die christliche Nonne zum Beispiel würde das tun. Dazu gehört auch das Scheren der Haare, das Anlegen einer bestimmten Kleidung. Was haben Sie jetzt gerade an? Sie haben ja jetzt eine Kopfbedeckung. Ja, ich habe eine Mütze auf. Anmütze? Okay, das heißt die Haare sind nur kurz, die sind nicht ganz, sondern ganz kurz. Und das Tuch, was Sie umwunden, umbunden haben, was ist das? Ein Zen nennt sich das, also das ist so ein Umhang, ja. In einem Bordeaux-Rot, fast braun. Bordeaux-Rot ist das, ja. Was bedeutet das? Also das ist eigentlich nur so die Kleidung der Mönche und Nonnen. Also es hat ja in Indien, Buddha selber ist ja in Indien geboren worden und hat auch in Indien den Buddhismus dann verbreitet. Und in Indien selber hat man eigentlich mehr so eine Farbe, ja so Oka, also so orange-braun getragen, weil das die billigste Farbe war. Also dass man sich gar nicht weiter mit der Kleidung auseinandersetzen muss. Und dann, als der Buddhismus dann so im 8. Jahrhundert nach Christus, als der Buddhismus dann nach Tibet gegangen ist und sich dort verbreitet hat, war die billigste Farbe, war Bordeaux-Rot. Und von daher ist die Farbe halt, es ist immer so die billigste Farbe, die am wenigsten modernste Farbe sich am leichtesten färben lässt. Also von daher ist das jetzt hier bei den Tibetern, es ist Bordeaux-Rot. Bei den Koreanern ist es so ein Grau. Also in jedem Land sind die Farben etwas anders. Da ist der Verzicht auch wieder drin, das Bescheidene ist da drin. Es gibt aber noch mehr in den Gelübden. Es gibt zum Beispiel auch ein Singverbot und es gibt auch Ernährungsvorgaben. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum der Schokoladenkuchen noch unberührter steht. Also zum Beispiel ein Singverbot gibt es an sich nicht, aber nicht mit Anhaftung. Also es kommt darauf an, die Motivation ist immer ganz wichtig. Also dass man aus Begierde oder aus Gier oder was weiß ich, also aus diesen negativen Einstellungen, dass man aus denen heraus eben singt. Also jetzt zum Beispiel auch um Geschäfte zu machen und so weiter. Das ist also für Mönche und Nonnen nicht angebracht und deswegen sollten wir nicht singen. Es gibt allerdings natürlich Mönche und Nonnen, die singen. Also zum Beispiel diese Gebete, die sind ja oft, wir hätten die ja so eine Art, wie sagt man das im Deutschen, so eine Art Chanting ist das halt. Wo dann doch so wirklich gesungen wird, aber das hat auch einen bestimmten Grund. Also jetzt nicht aus Anhaftung heraus. Sondern? Naja, das ist eine Art Meditation eigentlich. Also diese Texte, was man da rezitiert, das hat ja auch eine besondere Bedeutung. Also das geht darum, dass man eben mehr Aufmerksamkeit und so weiter entwickelt, dass man sich anderen Menschen, also anderen Lebewesen, also Zuneigung, mehr Zuneigung und so weiter entwickelt. Also diese, das sind solche Gebete, die einen daran erinnern. Das ist so eine Erinnerung an das, was man ja eigentlich verinnerlichen will. Und indem man das auch mal rezitiert, also spricht, das ist so dieser Prozess der Achtsamkeit, also das sich daran erinnern. Das mache ich, das tue ich im Moment. Es ist eigentlich nur so eine psychologische Hilfe. Und der Prozess der Wiederholung ist wohl auch wichtig. Ja, genau. Dazu könnte der nächste Gegenstand in der Wundertüte hier auf WDR 5 passen. Der ist der etwas, können Sie in die Hand nehmen. Ach so, die Gebetsmühle. Die Gebetsmühle. Ein Begriff, der ja auch in unserem Sprachgebrauch gängig ist. Gebetsmühlenartig wiederholen. Wir müssen es vielleicht gerade mal beschreiben für die, die das noch nie gesehen haben. Also ich habe erst, der erste Impuls war, es ist ein Zepter, aber das klingt ja schon zu hoheitlich und zu mächtig. Also Gebetsmühle, das ist eigentlich nur, wie sagt man das, ein Device, ein Gegenstand. Ein Stiel und obendrauf etwas. Ein Stiel, genau. Und dann ist hier so ein Behälter, in dem sich ganz viele Mantras befinden. Und dann Steine und das Ganze an der Seite, an der Kette ist auch so ein Stein angebracht. Und das kann man dann drehen, das dreht sich also, der obere Teil dreht sich. Und damit drehen sich auch die Mantras drin, in dem Behälter. Das heißt, man kann es oben öffnen? Man kann es oben öffnen und auch eventuell reinschauen. Ich weiß nicht, wie es bei dem hier ist. Also man kann hier, ja, das dann drehen, dass sich der obere Teil dreht. Ich drehe das jetzt, davon hört es mal ein komisches Geräusch. Und dann sind halt Mantras drin, die dann nach außen gehen. Also letztendlich ist das eigentlich nur so ein Brauchtum. Also es ist auch wieder was, was die Achtsamkeit angeht. Die Mantras, die Gebete haben oder was sind Mantras? Ach so, Mantras sind so, ach so, okay, so Mantras. Also es gibt zum Beispiel das ganz bekannte Mantra, Omani Pemme Hum. Das sind so, naja, wie soll man das sagen? So sacred, zwei sind die deutschen Worte, so besondere, also Worte, die eine besondere Bedeutung haben. Die das Bewusstsein eigentlich schützen sollen in dem Sinne. Also indem man sie zum Beispiel rezitiert und auch über die Bedeutung nachdenkt. Zum Beispiel Omani Pemme Hum ist das Mantra des Mitgefühls. Also dass man eben mehr Mitgefühl, mehr Zuneigung für andere entwickelt, indem man das Mantra rezitiert und sich dann gleichzeitig daran erinnert und eventuell mit der Hand auch noch eine Gebetsmühle dreht, wo ja auch Omani Pemme Hum drinsteht. Also ich weiß nicht in dem Falle, aber in den meisten Gebetsmühlen würde ich mal sagen, steht Omani Pemme Hum drin. Wollen Sie mal eben reingucken? Das liegt glaube ich auch oben. Darf man das? Ja, das kann man. Oh Gott, das ist eine ganz alte. Ich kann es aber jetzt nicht rausholen. Ja, aber es könnte da stehen. Könnte draufstehen, ja. Ich denke mal, das ist ein bisschen. Sind diese Mantras von Buddha? Ja, von Buddha selber, also auch gelehrt worden oder gesprochen worden. Und das ist natürlich nicht nur im Buddhismus. Es gibt ja auch in anderen Religionen. Im Hinduismus gibt es das ja auch mit den Mantras. Aber es ist auch tatsächlich, also es heißt, also die Übersetzung von Mantra ist ein Schutz. Also etwas, was das Bewusstsein schützt. In dem Sinne, dass man, wenn man es immer wieder rezitiert, dadurch die Kraft der Gewohnheit, man sich also auch mit dem Mitgefühl, dadurch, dass man weiß natürlich, dass Omani Pemme Hum auch fürs Mitgefühl steht, für Zuneigung und so weiter. Und indem man es immer wieder rezitiert, auch dann eigenes, es hilft auch dem eigenen Bewusstsein, dies auch anzunehmen. Also das sind eigentlich nur so Hilfen. Und die Bewegung, hat die damit zu tun, dass man die Worte in Bewegung bringt oder sich selber in Bewegung bringt? Oder warum kreist das Ganze? Also es kreist, weil dann kreist ja innen drin der Gegenstand. Also man bewegt ja den Gegenstand, wo die Mantras drin sind und in dem die sich bewegen sollen, die hinausgetragen werden. Was natürlich nicht tatsächlich passiert, aber das ist eigentlich nur die Vorstellung, hinausgetragen werden in dem Sinne, dass man sich vorstellt, dass es auch anderen Lebewesen eben hilft, dass dieses Mantra auch anderen Lebewesen zugutekommt. Und es ist eigentlich nur so eine psychologische Hilfe in dem Sinne. Und es hilft auch eigentlich der Konzentration, indem man das halt weiterhin dreht, kann man sich eher darauf konzentrieren. Jetzt könnte der Eindruck entstehen, Kelsang Vamo, in der WDR 5-Redezeit, dass es genau das ist, was sie dann täglich tun. Aber das ist nur etwas, was ihnen hilft oder eine Art, sich damit vertraut zu machen. Also das ist nicht der Hauptbestandteil des Buddhismus, auf keinen Fall. Also das ist so einfach eine Tradition. Viele Tibeter sind ja auch von Hause aus Buddhisten, aber kennen den Buddhismus gar nicht wirklich. Also studieren den gar nicht. So was für uns Mönchen und Nonnen eigentlich eher im Vordergrund steht, ist eben das Studieren der Schriften, aber jetzt auch nicht nur Informationen sammeln, sondern auch reflektieren und darüber meditieren. Und nach außen tragen. Naja, nach außen tragen jetzt nicht im Sinne von meditieren, im Sinne von, wie sagt man, missionieren, sondern eher im Sinne von das teilen. Also wenn jemand das Interesse hat und einen anspricht darauf und darüber mehr wissen möchte, dass man das dann auch teilt und es anderen zugänglich macht. Sie haben ja lange studiert, bevor Sie dann Geshe geworden sind als erste Frau, die diesen Rang auch erreicht hat im Buddhismus. Wie lange war das Studium? 17 Jahre. 17 Jahre. Des tibetisch-buddhistischen, der tibetisch-buddhistischen Metaphysik. Ja, Philosophie oder ja. Wenn wir das kurz machen wollen, ich meine, das ist ja schwer jetzt die 17 Jahre in Kürze zu bringen, um eine Vorstellung von der Metaphysik zu kriegen, ist der Grundgedanke, habe ich das richtig verstanden, dass es keine objektive Realität gibt, sondern dass unsere Gedanken diese Realität erschaffen, aber eben es darum geht, das dann wahrzunehmen? Also eigentlich, was ja der Lama häufig beschreibt, ist, dass der Buddhismus eine Wissenschaft des Bewusstseins ist. Also es ist tatsächlich, es wissenschaftlich ist eben die Art und Weise, wie man vorgeht, eben durch Prüfungen, durch Analyse und so weiter. Und dann das Bewusstsein, also es geht alles darum, ja, weil es eben heißt, es gibt keine objektive Realität, also wir schaffen unsere eigene Realität, jede einzelne Person schafft diese einzelne Realität. Und was ist diese Realität und woher kommen unsere Probleme? Also wenn tatsächlich das Bewusstsein unsere Realität schafft, dann ist es ja logischerweise, ist es ja so, dass auch unsere Probleme eigentlich von innen kommen. Aus uns. Aus uns selber heraus, also dass die äußeren Umstände, die es natürlich auch gibt, eigentlich nur eine sekundäre Rolle spielen und von daher eine so große Betonung auf das Bewusstsein. Und das ist halt sowas kompliziert, das ist halt nichts, was man sehen kann, was man fühlen kann, was man riechen kann oder fühlen eben nicht mit der Hand eben anfassen kann. Und von daher einfach das eigene Bewusstsein besser kennenzulernen, was geht da in mir vor und so weiter. Also das ist so wirklich der Prozess und da helfen einem die Schriften und das ist jetzt, für uns ist es natürlich Theorie, aber das ist die Erfahrung, die jemand anders gemacht hat, die diese Person dann mit uns teilt. Also in dem Fall von Buddha, dass er zu der Erkenntnis gekommen ist, dass Buddha auch wie wir irgendwann mal ein ganz normaler Mensch war, also ganz normal Ängste und Schwierigkeiten hatte. Und dann durch die Meditation, durch die Reflexion und so weiter eben zu einer bestimmten Erkenntnis gekommen ist und die dann mit uns geteilt hat letztendlich. Und dann kann man sich selber hinsetzen und sehen, ist das für mich auch wahr oder nicht. Also das ist so dieser ganze Prozess eigentlich. Weil wenn das lange auch durch Buddha gelaufen ist, ist es ja ein Satz, der einen hohen Anspruch auch oft stellt an einen selbst. Und jetzt haben Sie eben von den Problemen gesprochen, die aus unserem Bewusstsein auch kommen, die mit unserer Vorprägung zu tun haben, auch vielleicht im Kontakt mit anderen und wie wir damit umgegangen sind. Und verwandeln, haben Sie gesagt. Reicht da der Blick in die Schrift oder was braucht es noch, um es verwandeln zu können? Also der Blick in die Schrift, das ist ja eigentlich nur der Anfang. Also dass man zunächst mal sich anschaut, studiert, also lernt, was da steht. Und dann sieht, und dann das, das Gelernte einfach nimmt. Wir haben ja auch noch debattiert. Also dann ist zunächst der Prozess des Debattierens, also der Analyse mit anderen zusammen. Also man bringt eine Skepsis, eine bestimmte Art der Skepsis, aber auch versucht eine Unvoreingenommenheit anzunehmen. Und mit dieser Skepsis dann eben, was kann das bedeuten? Was heißt das? Also zunächst mal mit anderen zusammen debattieren. Ohne es zu bewerten. Ohne es zu bewerten. Einfach nur debattieren, aber eben sehr große Skepsis. Das kann doch nicht wirklich so sein. Das kann doch nicht stimmen. Und so also erst mal auseinandernehmen und dann das Verinnerlichen. Der nächste Schritt wäre dann, ist das für mich relevant? Hat das für mich was zu bedeuten? Wenn es mir jetzt nichts bedeutet, kann es in der Zukunft, hat es in der Vergangenheit? Also sich damit wirklich auseinandersetzen, bis man zu dem Ergebnis eventuell kommt. Ja, das hat mir was zu sagen. Und wie kann ich das jetzt anwendeln? Wie kann ich meine eigenen Schwierigkeiten, Emotionen und so weiter, die mir schaden, wie kann ich diese umwandeln? Also zunächst mal erkennen, dass wir Emotionen haben, die uns schaden. Das ist uns vielleicht gar nicht bewusst. Und wenn dann das uns bewusst wird, eben der nächste Schritt dann, okay, was kann ich machen? Also ohne Angst und auch vor der eigenen, ja Angst vor dem eigenen Bewusstsein letztendlich und den eigenen Emotionen, sondern wirklich schauen mit Ehrlichkeit und Mut auch eigentlich und dann versuchen, Dinge umzuändern. Wir haben vor einer Stunde hier über Psychotherapie viel gehört, auf eine digitale Weise. Hier steckt aber auch eine psychotherapeutische Kraft drin. Ich möchte es nicht darauf reduzieren, aber die Kraft ist auf jeden Fall da. Ja, also es ist tatsächlich ganz wichtig, weil einer, ein sehr hoher Lama, Lama Yesha hieß er, hat mal gesagt, also der Buddhismus, man lernt sein eigener Psychotherapeut zu werden. Das haben Sie einerseits erlebt und erleben das natürlich immer wieder. Nun sind Sie aufgestiegen in diesen Rang. Der Dalai Lama hat Sie dazu erhoben, zu einer Geshe. Naja, nicht ganz der Dalai Lama. Also der Lama hat unserem Institut die Erlaubnis gegeben, eben diesen Geshe-Titel zu geben. Und dadurch wurde mir dann von dem Institut selber verliehen. Ich habe eben schon herausgehört, dass es ja nicht darum geht, um das eigene Ego. Aber wenn man dann in diesen Rang erhoben wird, dann macht das ja schon was mit einem. Und man fragt sich vielleicht, warum ich, bin ich hier toller als die anderen? Können Sie das beantworten, warum Sie? Ich bin nicht toller oder irgendwas. Also zunächst einmal bin ich jetzt nicht mehr die Einzige. Es sind jetzt auch andere Frauen, die den Titel bekommen haben. Und eigentlich denke ich mir, das war eigentlich, dass man das einer westlichen Frau gegeben hat, aus dem Grunde, dass auch endlich die Tibeter das bekommen. Weil ich habe ja zusammen mit den Tibeterinnen auch studiert. Zusammen, das heißt zeitgleich studiert. Also die tibetischen Nonnen. Ich konnte damals, als ich mein Studium angefangen habe, leider kein tibetisches Kloster eintreten. Also Nonnenkloster, weil sie keine Möglichkeiten hatten. Es kamen zu viele Flüchtlinge, also Tibeterinnen selber. Und die hatten keinen Platz für mich. Und deswegen musste ich in einem anderen Institut studieren, wo halt nur Mönche studiert haben. Aber letztendlich haben die Nonnen auch gleichzeitig studiert. Und damit den Nonnen also überhaupt diese Möglichkeit offen steht, wurde mir dann dieser Titel gegeben. Also das hat jetzt gar nichts mit Ego oder sonst was zu tun. Und mein Leben hat sich da auch nicht wirklich verändert durch. Aber jetzt letztendlich haben dann, nachdem der Titel mir gegeben wurde, dann haben auch die Nonnen gesagt, nö, das können wir ja auch, das können wir genauso. Und dann haben sie sich dann auch wirklich durchgesetzt. Und jetzt gibt es, ich weiß nicht, mittlerweile 30 Nonnen oder 25 Nonnen, die diesen Titel jetzt haben. Was machen Sie in dieser Position? Was habe ich mir vorzustellen? Also ich versuche eigentlich viel zu übersetzen. Also meine Hauptarbeit, die ich mache, sind Übersetzungen. Zum Beispiel habe ich jetzt für den Dalai Lama auf Deutsch übersetzt, als er Unterweisungen gab in Indien. Oder ich mache schriftliche Übersetzungen. Simultan, ja. Oder auch einfach, dass ich selber manchmal Kurse gebe, eben um das, was ich gelernt habe, mit anderen zu teilen. Also zunächst mal zugänglich zu machen. Wie ist diese Zusammenarbeit mit dem Dalai Lama? Also es ist jetzt nicht, dass ich, also Zusammenarbeit ist jetzt nicht so, dass ich da persönlich wirklich Kontakt mit ihm habe. Aber es ist wirklich eine Ehre, dass ich für jemanden, der so viel Wissen hat, aber auch gleichzeitig das lebt, was er wirklich unterrichte, also eine Ehre für ihn übersetzen zu können. Aber das fließt ja durch Sie durch. Und ich weiß, er spricht auch ein bisschen Deutsch. Und gibt es da Momente, wo er dann andersrum sie anguckt? Nein, nein, das sind ja viel zu viele Übersetzer. Ich bin ja nicht die einzige Übersetzerin. Das sind ja viele Übersetzer dort. Und ich habe es jetzt auch über einen Livestream gemacht von Frankfurt aus, als er Dalai Lama in Indien war. Und wenn ich es dann vor Ort mache, dann, ja, das ist gar nicht so viele Leute, das geht gar nicht. Wie sieht der Dalai Lama eigentlich die Rolle der Frau im Buddhismus? Allein die Tatsache, dass er es erlaubt hat, zeigt ja auch, dass er die Frauen aufwertet. Heißt das, dass die Frau insgesamt, viele Frauen in Deutschland interessieren sich auch für den Buddhismus viel mehr als Männer, dass das eine Gleichberechtigung bekommt? Oder wie sehen Sie das? Also ich denke, der Dalai Lama, so wie viele andere großartige Lamas, also spirituelle Lehre, den Wert sehen, die Notwendigkeit der Gleichberechtigung. Also sehen da gar keinen Unterschied. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Mann und Frau, aber dass Mann und Frau die gleichen Rechte haben, also da steht er sehr stark hinter. Ich sage das häufig, dass der Dalai Lama einer der größten Feministen ist. Also Feminist in dem Sinne, dass er sich für die Gleichberechtigung der Frau einsetzt, für Mann und Frau beide einsetzt. Ja gut, hier gibt es aber auch viele, die sagen, ja, notwendig müssen wir. Und wenn wir das auf der materiellen Ebene klären, dann heißt das auch, wir müssen viel mehr Frauen in die Führungspositionen kriegen und wir müssen die gleich bezahlen. Aber de facto ist es nicht so. Wie ist das denn im Buddhismus de facto? Naja, die Dinge ändern sich auch nicht so schnell und gerade, weil die Tibeter gerade an einem Punkt angelangt sind, wo ihre Kultur so in Gefahr ist, dadurch, dass die chinesische Regierung das versucht zu zerstören, also die Kultur zu zerstören, die Religion zu zerstören. Daher ist also große Angst, dass es zu viel verloren geht und man hält also oft an so ältere Dinge auch ein bisschen fest, gerade so im religiösen System. Allerdings in den letzten Jahren hat sich da wirklich viel getan, also sehr große Gleichberechtigung hat sich da. Was ist die größte Bedrohung im Moment? China? Ja, China, die Materielle entwickeln natürlich auch, aber auch die chinesische Macht, die politische Macht der Chinesen, die versuchen die Tibeter und die Chinesen natürlich jetzt den großen Einfluss haben im Westen und dadurch eben auch noch mehr Macht darüber haben, mehr Möglichkeiten haben, die chinesische Kultur, die tibetische Kultur zu zerstören. Das heißt, automatisch spielen Sie in dieser Position auch eine politische Rolle? Eigentlich weniger politisch, aber ich denke, meine Rolle ist auch diejenigen, auch zu helfen, dass diese besondere Kultur und diese Religion nicht verloren geht, weil ich denke, sie hat so viel zu offerieren, also es gibt so viel im Westen und so viele Leute, also man muss ja nicht Buddhist werden, man kann sich die Dinge nehmen, die einem hilfreich erscheinen, zum Beispiel Dinge wie Achtsamkeit, mehr Zuneigung und Mitgefühl lernen und so weiter, sich freuen für den anderen. Also es sind so viele Werte, die ich denke, die sind so wichtig, die muss man einfach aufrechterhalten, weil sie der Menschheit eigentlich zugutekommen. Vielen Dank, Kelsang Varmo, für diesen kurzen Einblick in das, was Sie tun, was Sie bewegt und mich bewegt jetzt noch die Frage, jetzt haben wir diesen leckeren Schokoladekuchen gekauft, der unter dieser Folie schlummert mit dieser schönen Gabel und er lacht Sie eigentlich an. Geht's nicht? Dürfen Sie nicht? Mögen Sie nicht? Woran liegt's? Achso, ich meine, ich spreche ja mit Ihnen, von der keine Zeit in Wurz ist. Achso, aber jetzt dürften Sie. Nein, aber ehrlich gesagt, so über die Jahre hinweg, weil in Indien alles so sehr süß ist, habe ich gar nicht mehr so einen Hunger auf was Süßes, also von daher esse ich weniger Süßigkeiten, als ich früher gegessen habe. Also es ist keine falsche Bescheidenheit jetzt gewesen? Keine falsche Bescheidenheit, nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020